Herzlich willkommen bei Off The Record, dem Videopodcast von M&K und der Werbewoche. Heute zu Gast habe ich Oliver Stolt. Hallo Oliver, schön, dass du da bist. Hallo Anna. Hallo. Oliver, du bist CEO von Premium Speakers und auch der Mais Service Group. Und du bist erfolgreicher Eventmanager, Veranstalter. Wie hast du das letzte Jahr gemeistert? Ja, die Corona-Pause ist natürlich schon so ein spezielles Jahr gewesen. Wir sind Gott sei Dank aufgestellt mit zwei verschiedenen Säulen. Das eine ist das Tagungsgeschäft, das Eventgeschäft, das ist natürlich komplett weggebrochen durch Corona. Das andere ist Premium Speakers, unsere Redneragentur. Und da die ganze Welt momentan ja auf Hybridmodellen läuft oder auf Online-Konferenzen, konnten wir trotzdem unsere ganzen Redner weltweit buchen. Also in dem Moment ist es gut, auf mehreren Beinen durch die Welt zu laufen. Und wir konnten eigentlich durch Premium Speakers sehr gut überleben. Das wieder auffangen. Ja, ganz auffangen kannst du das nicht. Das ist keine Chance. Aber wir konnten trotzdem ein anständiges Jahr hinkriegen. Ja, das ist doch super. Jetzt hast du mir erzählt, Jammern ist ja nicht so dein Ding. Du bist kein Jammerer und deswegen bleibst du gelassen und planst gleichzeitig etwas ganz Unglaubliches in stoischer Ruhe. Planst du eine Megakonferenz am Flughafen am 1. Juli, die Circle Conference. Hast du einen Plan B? Plan B ist Plan A. Das heißt, es soll stattfinden am 1. Juli. Wenn uns Herr Berset keinen Strich durch die Rechnung macht, dann wird es auch stattfinden im Circle, in dieser fantastischen Convention Hall am Flughafen draußen. Und ja, das ist eigentlich voll in der Planung und voll in der Pipeline. Und wir sind zuversichtlich, dass wir am 1. Juli praktisch so für die ganze Mais- und Eventbranche das 2021 einläuten können, so Mut haben, Neustarten, Neustart der Maisbranche. Und doch, das klingt gut. Und Plan A, wir brauchen einfach Plan A. Aber wenn wir jetzt schon einen Plan B in der Tasche hätten, wäre der Fokus ein ganz anderer. Dann würden wir uns schon wieder ständig mit anderen Sachen beschäftigen, wo wir gar keine Lust haben, uns zu beschäftigen. Ja, aber du hast auch gesagt, es wird kein Hybrid, es wird kein Digital-Event, es wird ein rein physischer Event. Das ist ja fast schon revolutionär im Moment. Das ist die New Normal, oder? Ja, genau. Das ist aber Wahnsinn. Die Leute werden sich hoffentlich in den Armen liegen und sich freuen, dass sie mal wieder physisch beieinander sein können. Ja, in den Armen liegen schauen wir mal. Oder vielleicht werden sie sich abends genussvoll eins hinter die Binde gießen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sich in den Armen liegen, ich glaube, da macht unser Gesundheitsminister nicht mit. Ja, das ist gut so. Aber ansonsten werden wir versuchen, alles versuchen, dass diese Veranstaltung live stattfindet. Ja, einfach wieder physisch beieinander zu sein. Wir wollen wieder Menschen auf der Bühne haben und nicht in den Bildschirm reinklotzen. Wir wollen wieder nicht nur den Know-how-Transfer haben, sondern wir wollen den Emotionstransfer haben. Und genau deswegen machen wir am 1. Juli die Konferenz. Toll. Sag mir, was ist die Circle Conference? Unter welchem Motto steht sie und warum machst du sie jetzt? Ja, warum mache ich sie jetzt? Wir hätten sie eigentlich schon viel früher machen wollen, ist aber nicht gegangen. Der Circle ist noch nicht fertig. Der Circle ist noch nicht eröffnet. Also die Hotels und die Circle Convention Hall nicht. Und wir mussten halt warten, bis wir jetzt praktisch den Startschuss haben. Die Hotels werden versuchen, Ende April, Anfang Mai aufzumachen. Wir werden versuchen, dann auch die ersten Konferenzen dort, kleine Meetings und so weiter, stattfinden zu lassen. Und dann praktisch die Circle Conference ist so die erste große nationale Konferenz, die in der Schweiz wieder stattfinden wird. Ja, aber erzähl mir doch mal, was auf der Circle Conference eigentlich konferiert wird. Ja, auf der einen Seite haben wir eine Ausstellung. Eine Ausstellung, viele Partner, mit denen wir das ganze Jahr überarbeiten. Tagungshotels, Eventlocations, Tourist-Information, Tourist-Offices aus der ganzen Schweiz, Regionen aus der Schweiz. Und auf der anderen Seite werden Redner auf der Bühne stehen, wie zum Beispiel ein Pionier, Bertrand Piccard, der mit seinem Solarflugzeug um die Welt geflogen ist. Oder Christian Jenny, der Gemeindepräsident von St. Moritz. Er ist ja auch Eventveranstalter zum Beispiel vom Festival da Jazz. Und die Region dort oben ist ja wichtig für Incentive-Anbieter. Oder Clear-to-Land oder der Frauenpower-Pilotinnen. Ach, das sind die Piloten. Das sind die Pilotinnen, ja. Erzähl mal, das ist ja ganz toll. Das ist Frauenpower pur, die dann auf der Bühne auch eben darüber berichten, was können Unternehmer, Unternehmen praktisch aus dem Cockpit lernen. Das ist auch spannend. So Kommunikation, Führung, klare Ansagen. Und genau so werden wir dann den ganzen Tag über Live-Sessions auf der Bühne haben. Wir werden Workshops haben. Und wir werden natürlich die Ausstellung haben, wo unsere Partner dann sich präsentieren können. Super. Ich habe das gesehen. Ich war mal eingeladen, um eine Begehung zu machen da bei der Convention Hall. Außergewöhnlich, oder? Ja, wirklich außergewöhnlich. Da war das noch alles im Rohbau. Wir sind mit Gummistiefeln dann da so überall durchgestapft. Und da haben sie erzählt, man kann das auch aufteilen. Und das werdet ihr dann ja wahrscheinlich auch machen, sodass ihr ein paar verschiedene Segmente habt, wo die Leute sich dann konzentriert bewegen. Genau. Wir haben also die Circle Convention Hall kann man aufteilen auf drei verschiedene Räume. Und dann gibt es noch um die Grand Hall, oder? Hier gibt es noch 17 Gruppenräume auf verschiedenen Etagen. Vier auf der Etage von der Convention Hall selber. Und dort werden wir auch in den Breakout Rooms, werden wir Workshops haben, werden wir Lounges haben und werden den ganzen Tag dort ein tolles Programm bieten. Ja, super. Die Speaker hast du jetzt schon angesprochen. Das ist ja echt ein Wahnsinns-Line-Up, was du da am Start hast. Bestimmt auf der einen Seite auch deine eigenen Premium-Speakers. Also es ist ja eine sehr, sehr gute Kombination, dass du selber so viele gute Leute am Start hast. Und dann habe ich aber auch gesehen im Line-Up einen Daniel Koch. Erklär mal bitte, wie hast du denn den zu dir gelotst? Ich war angerufen und dann waren wir in Bern frühstücken. Und dann haben wir abgemacht, dass er eigentlich dieses Jahr schon beim Alpen-Symposium dabei sein sollte. Beim Alpen-Symposium, wie gesagt, hat nicht stattgefunden. Und so haben wir gesagt, er ist am 1. Juli mit dabei. Was noch spannend ist, weil er ist ja zur gleichen Zeit auch Berater von der UEFA für die Europameisterschaft. Aber er wird sich den Tag Zeit nehmen und zur Circle-Konferenz kommen. Genau das Gleiche übrigens mit Urs Mayer. Er ist ja Fußball-Experte beim ZDF in Deutschland. Und am 30. Juni hat ZDF Übertragungstag. Und am 2. Juli hat das ZDF Übertragungstag. Und am 1. Juli kommt er morgens aus Mainz vom ZDF-Studio nach Zürich, macht seinen Vortrag, ist mit den Teilnehmern mit dabei und fährt abends wieder zurück nach Mainz, damit er am nächsten Tag wieder im Fernsehstudio sein kann. Das ist ja unglaublich. Aber sag mal, Daniel Koch, was wird denn so sein Vortrag beinhalten? Hat das dann jetzt was mit Krisenkommunikation zu tun? Ja, auf der einen Seite ist das vielleicht Krisenkommunikation. Nein, es ist aber eher, jetzt heißt der Virus Corona. Was kommt in Zukunft? Auf was müssen wir uns in Zukunft einstellen? Ist das jetzt ein Einzelfall? Oder werden wir in Zukunft noch weitere Krisen haben? Dieses Mal der chinesische Virus mit Mutationen aus England und Südafrika. Wie heißt das nächste Ding? Und wie können wir uns auch in Zukunft besser auf solche Sachen vorbereiten? Das war jetzt auch ein Riesen-Learning für uns alle. Wir hatten so etwas noch nie in diesem Ausmaß. Also wir hatten schon 2009, 2010 die Finanz- und Wirtschaftskrise, wo auch die Eventbranche damals sehr stark getroffen hat. Oder Vogelgrippe, SARS, September 11, 2001. Also wir hatten zwischendrin schon mal gewisse Krisen, wo uns immer so Wellen reingeschlagen hat in unserer Branche, in die Hotellerie, in den Tourismus. Aber so etwas wie jetzt noch nie und was lernen wir daraus? Und er wird sich den Fragen von Florian Inhauser stellen und wir werden genau auf diese Richtung hin zielen. Was können wir daraus lernen in Zukunft? Apropos Florian Inhauser, also Mr. Tagesschau. Ah, das ist ja unglaublich. Moderiert die Circle Conference. Da hast du ja wirklich also ins Schwarze getroffen. War das auch einfach nur so ein Anruf? Ja, Flo und ich, wir sind mittlerweile gut befreundet. Er ist auch Moderator vom Alpensymposium. Und das war wirklich ein Mittagessen in der Sonne, Küssnacht. Und dann hatte ich ihn überzeugt, die Circle Conference zu moderieren. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Also er ist ja wirklich bekannt und beliebt und berüchtigt für seine Wortakrobatik. Ja, unglaublich. Was würdest du sagen? Du bist ein wirklicher Veranstaltungsprofi. Du kennst alle Bereiche. Was ist dein Erfolgsrezept? Was machst du? Du hast so viele Konferenzen gegründet, erfolgreich geführt, wieder verkauft und bist immer irgendwie auf der Suche und bist scheinbar irgendwo immer am richtigen Ort, im richtigen Moment. Wie machst du das? Nein, würde ich nicht sagen. Alles ist ja nicht gelungen in der Vergangenheit. Vieles ist gelungen, aber es ist immer wieder ein Try and Error. Immer wieder was ausprobieren, immer wieder hungrig sein, immer wieder schauen, was passiert jetzt, was passiert in zwei Jahren, wo sind wir in drei Jahren. So habe ich auch versucht, immer meine Firma zu führen. Ich habe es geschafft, auch durch tolle Mitarbeiter, durch ein tolles Team, dass ich praktisch sagen konnte, ich arbeite am Unternehmen und nicht nur im Unternehmen. Das heißt auch immer so nicht im operativen Tageszirkus mit drinstecken, sondern draußen sein und von außen eben auch den Markt beobachten, die Player beobachten, die Trends beobachten. Ich war 150, 160 Tage auf Reisen jedes Jahr. Das heißt, und nicht nur in der Schweiz oder in Deutschland, in Berlin, sondern weltweit und konnte dort auch immer sehen, was für Themen werden gespielt. Welche Referenten werden aktuell? Welche Referenten sind aktuell? Wie können wir eine Konferenz in der Schweiz aufbauen? Und das ist eigentlich das, was mich antreibt. Also ich bin wirklich hungrig, trotz meines Alters mittlerweile, hungrig, immer wieder was Neues zu machen und immer wieder was Neues anzufangen. Gut, aber du hast auch gesagt eben, dass dir nicht alles gelungen ist. Ich finde das sehr ehrlich und das finde ich toll, dass das ja auch zu einer Karriere dazugehört, dass es eben auch nicht immer nur bergauf geht, sondern es gibt auch ein paar Dellen. Es gibt viele Dellen. Es gibt ganz viele Dellen, weil die Leiter geht nicht nur bergauf. Und gerade in der Wirtschaft geht es eben nicht nur bergauf. Es geht bergauf, bergab, bergauf, bergab und man geht Risiken ein, man investiert. Ich investiere gerne, manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. Und wenn es nicht gelingt, muss man wenigstens so weit abgesichert sein, dass es nicht den Rest gefährdet, wo gut läuft. Ja, genau. Du hast jetzt ja auch Meet gegründet. Meet Life. Meet Life, genau. Und das ist natürlich ein bisschen Unternehmergeist, also ein bisschen, du hast viel Unternehmergeist, aber man muss halt auch Unternehmergeist haben, um die Risiken so minimal wie möglich zu halten. Und ja, das macht Sinn. Wie wir die Circle-Konferenz wirklich gesagt haben, wir machen sie, haben wir gesagt, okay, Corona-Zeit, jeder sagte zu mir, du bist, ob alles okay ist bei dir da oben und so. Ja, ist alles wunderbar. Das ist Unternehmerzeit und trotzdem wirklich das Risiko minimieren. Wir haben gesagt, wir gründen die Meet Life GmbH. Das ist das rechtliche Gefäß für die Circle-Konferenz. Und wenn die Circle-Konferenz nicht funktionieren sollte, in die Hosen geht, gefährdet es uns aber nicht Premium Speakers oder die My Service Group. Und das ist eigentlich so diese Risikoabwägung, wo ich dann sage, ja, ich bin verrückt, ich probiere was aus, ich bin mutig, gleichzeitig aber bitte nicht mein Kerngeschäft ins Risiko bringen. Ja, natürlich, klar. Du nennst dich selber nicht führbar. Ja. Das ist, finde ich, ein Satz, der steht für sich. Ja. Würdest du den ein bisschen ausführen? Ja, das ist schwierig, oder? Ich bin Hotelier, ich habe Hotels geführt, ich habe Hotels gebaut, ich habe Veranstaltungen gemacht, aufgebaut, wieder verkauft. Und wenn ich mir jetzt vorstellen sollte, jemand möchte mich anstellen oder ich sollte mich irgendwo anstellen lassen oder ich sollte irgendwo wieder als Angestellter tätig werden, ich glaube, das wäre schon recht schwierig für die zuständige Person. Ich hatte, während ich noch Mais Berlin hatte, ein fantastisches Angebot, ein großes Unternehmen zu übernehmen als CEO. Und der Headhunter, der mich anrief, kannte mich schon lange, wir hatten schon viele Gespräche geführt und er sagte zu mir, Herr Stolt, ich habe hier ein Angebot, die möchten Sie haben als CEO. Und dann habe ich 700.000 Euro im Jahr datierter Lohn und so weiter und ich so, danke, sagen Sie ab. Und dann sagte er zu mir, der Headhunter, sagte, Herr Stolt, sind Sie sicher? Sag ich, ja, ich bin sicher. Aber stellen Sie sich mal vor, ich muss auf einmal wieder Rapporte ausfüllen, ich muss meinem Verwaltungsrat oder Aufsichtsrat erklären, warum ich was tue, erklären, warum ich was nicht tue und so weiter. Der wird nicht happy, ich bin nicht happy, lieber nicht. Und so bin ich lieber für mich unterwegs, verdiene ein paar Franken weniger und bin aber frei und kann Entscheidungen treffen, wie ich sie möchte und muss nicht zehn Leute fragen. Du hast ja ein großes Netzwerk und was würdest du sagen, wie pflegst du dein Netzwerk? Wie ist das, wie kannst du zugreifen auf dein Netzwerk? Was gibst du, was bekommst du? Erstmal ins Netzwerk ist mehr das Geben als das Nehmen. Ich gebe sehr, sehr viel Zeit. Ich gebe sehr, sehr viel in Meetings. Ich gebe sehr, sehr viel in Know-hows. Ich gebe sehr, sehr viel Without networking, it's not working. So, das ist so wirklich so ein Geben und Nehmen, aber mehr ein Geben als ein Nehmen. Und das ist so eine Pflege, die ich jetzt seit 20 Jahren betreibe. Ich habe 2003 mit dem Alpensymposium angefangen, also 18 Jahre Alpensymposium. Wir haben 20 Alpensymposien umgesetzt, durchgeführt. Und da ist man eigentlich das ganze Jahr schon wieder unterwegs, am Gespräche führen, Netzwerk erweitern, Themen bearbeiten, Leute treffen. Und sonst könnte man solche Veranstaltungen gar nicht durchführen. Wie ist es mit deinem Netzwerk, wenn du dich so erinnerst? Was waren so die irrsinnigsten, nicht Begegnungen, sondern sozusagen die Erfolge, die du aus deinem Netzwerk gezogen hast, auch gerade fürs Alpensymposium? Menschen auf die Bühne gebracht, wo du andere zum Staunen gebracht hast? Anna, ich muss dir eigentlich ganz ehrlich sagen, es sind nicht immer nur die Superstars, die wichtig sind. Die Superstars, wenn du mit denen alleine unterwegs bist, sind ganz normale Menschen. Sondern es sind die Geschichten. Die Geschichten, die wir haben schreiben dürfen, auch mit dem Alpensymposium, die wirklich verrückt sind, wo wir sehr, sehr stolz drauf sind. Sehr stolz drauf sind. Thomas Knapp, ich weiß nicht, ob dir Thomas Knapp was sagt, der ehemalige Blattmacher vom Blick, der ein Burnout hatte. Und 2006 haben wir ihm ermöglicht, praktisch so das mit seinem Buch in den Krallen des Raubvogels, Thomas zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit auf einer Bühne. Und er hat seine Geschichte erzählt. Der Rainer Salzgeber hat Fragen gestellt. Und Thomas hat damals von 3.000 Franken IV versucht, seine Familie durchzubringen und so weiter. Und da steht ein Teilnehmer aus dem Alpensymposium, aus dem Publikum auf und sagt, du bist doch Journalist. Ja, ich bin Journalist. Ich möchte, dass du ab dem nächsten Monat die Unternehmenskommunikation für unser Unternehmen machst. Das sind Geschichten, die wir haben schreiben dürfen. Wir haben praktisch den Start in das zweite Leben gebracht. Und das sind für uns diese, oder jetzt Christina Vogel, die jetzt im Rollstuhl sitzt, mit Christina unterwegs zu sein und so viel zu lernen, wir auch zu lernen, oder? Ja, das ist emotional. Ja, das sind tolle Geschichten, mit diesen Menschen unterwegs zu sein. Und dann trifft man halt immer wieder auch die anderen und kann sie begeistern, bei Premium Speakers mit dabei zu sein, obwohl heute machen wir dort keine Akquise mehr. Wirklich, wir werden... Ihr werdet angefragt, ne? Wir werden angefragt, ja. Wir haben also wirklich wöchentlich Bewerbungen von wirklich Leuten, die wir sowieso auf dem Radarschirm hätten, ob sie bei Premium Speakers mit dabei sein können. Wie ist es mit so einem guten Ruf? Also das bedingt ja eigentlich, dass du einen authentisch guten Ruf haben musst, sonst würden sich die Leute ja nicht bei dir bewerben. Naja, das ist der gute Ruf auf der einen Seite, auf der anderen, wir arbeiten sauber. Weil das ist ein Glashaus. Ja, das bin halt ja auch zum guten Ruf, dass man sauber ist. Das Speaker-Business ist ein Glashaus. Erklär das mal bitte genauer. Du hast Superstars auf deiner Homepage, mit denen du Tag für Tag arbeitest. Und wir haben halt in unserer Gesellschaft so eine Art Neidgesellschaft. Wir haben Journalisten, die stellen Fake-Anfragen bei uns, damit sie praktisch die Honorare dieser Stars abrufen können. Und dann hast du die in einer Schlagzeile nächsten Tag in der Tageszeitung. Haben wir schon ein paar Mal erlebt. Ich meine, wir können alle großen Tageszeitungen und so weiter zurückblättern. Und wir versuchen einfach sauber zu arbeiten, unsere Redner zu schützen, unsere Personen zu schützen, mit denen wir arbeiten. Und haben da ganz klare Backfalls eingebaut in diese ganze Geschichte. Kommunikation und Sicherheitsfallen und so weiter. Und das sind alles so Punkte, wo man die Seriosität auch einer Agentur beurteilt, auch im Markt, oder? Und diese Leute haben ja auch ein eigenes Netzwerk. Ganz genau. Und da redet man nachher drüber, zu welcher Agentur geht man. Genau, okay. Sag mal, wie hast du eigentlich Bertrand Piccard? Ist der auch bei dir? Mit Bertrand arbeiten wir sehr viel, ja. Okay, und was wird so sein, es passt ja natürlich sehr gut zur Flughafenkonferenz. Zur Flughafenkonferenz, ja natürlich. Ist doch perfekt. Was ist denn so sein Approach, den er bringen wird auf der Bühne? Naja, das ist schon auch wichtig zur jetzigen Zeit. Drop the ballast, drop the ballast und change direction. Gerade ob Solarflugzeug oder vorher mit seinem Breitling Orbiter 3, mit dem Ballon. Wenn es mal nicht mehr weitergeht, dann werden halt Ballaste abgeworfen, damit man mit dem Ballon in andere Windrichtungen, in andere Windkanäle aufsteigen kann und die Richtung ändern kann. Und genau so, das brauchen wir heute auch, oder? Ich meine, wenn wir zuhören, dass alle sagen, oh, wir möchten gerne wieder in den Status Quo vor der Krise, dann muss ich einfach sagen, okay, dann geht halt ihr wieder alle bitte in den Status Quo vor der Krise. Aber ehrlich, wir müssen doch eine Stufe weiterkommen. Wir müssen doch, wir müssten uns doch jetzt alle in den letzten 12, 13, 14 Monaten und zwar egal welche Branche, komplett neu ausrichten. Und wer das noch nicht verstanden hat, sondern der sagt, ich möchte gerne wieder in den Status Quo zurück, ich weiß nicht, der hat irgendwo was verpasst. The new normal, aber was ist the new normal, oder? Ja. Na, wir werden es alle erleben, wir wissen es ja auch nicht. Nein, wir wissen es auch nicht und das ist das Schöne. Das ist irgendwie auch toll, oder? Spannend. Ja, genau. Spannend. Ja, nein, da hast du recht. Du hast Florian, darauf freue ich mich wirklich sehr am 1. Juli. Ja, das wird spannend. Das muss ich wirklich sagen. Also jedes und jeden Abend, wenn ich die Tagesschau schaue und er ist dran, dann denke ich so, wow, gut, dann kann ich den auch mal live sehen. Das ist sehr gut, da freue ich mich drauf. Es gibt Abende, wenn er fertig ist mit der Tagesschau, da schreibe ich ihm eine WhatsApp und sage, oh Flo, heute hast du wieder eine Wortakrobatik hingebracht und so weiter. Und es ist wirklich lustig manchmal. Ja, er ist wirklich ein guter. Also wir freuen uns auf den 1. Juli, Oliver. Und wir sind ja auch Medienpartner mit M&K und M&K Go. Und wir werden uns dort wiedersehen und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und wünsche viel, viel Erfolg im physischen Veranstalten. Ja, ich danke dir vielmals. Daumen drücken, Daumen drücken, Daniel Koch ins Nachtgebet einbeschließen und dem Herrn Bärsee mal in Bern sagen, es langt dann langsam mit dem Lockdown. Wir wollen alle wieder raus, obwohl ich natürlich verstehen kann, dass die Situation noch nicht ganz entspannt ist. Ja, genau. Ich glaube, das ist ja wirklich auch etwas für sich. Wir hoffen, dass am 1. Juli die Situation so ist, dass man es vertreten kann, wieder zusammenzukommen. Da wollen wir nicht vorgreifen, aber wir drücken die Daumen und freuen uns. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF für funk, 2017